Noch so lange angeschnallt sind, zu bleiben, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Gepäckfächer gleich über sich öffnen, da Gepäckstücke verrutscht sein könnten. Und wir möchten Sie auch bitten, weiter das Kaufverbot zu beachten. Nach der TUI-Fleißung des Reiseveranstalters möchten sich Kapitän Bauer und die gesamte Besatzung von allen Gästen, die uns hier auf Boerwisch da verlassen, verabschieden. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen dieser Flug heute Morgen mit uns gefallen hat und ein schöner Beginn Ihres Urlaubs gewesen ist. Wir wünschen Ihnen nun erholsame und sonnige Tage hier auf den Kampferden. Dankeschön, dass Sie heute unsere Gäste gewesen sind und auf Wiedersehen. Alle Gäste im Weiterflug mit uns gleich nach Saal werden, wie schon erwähnt, gebeten, an Bord zu bleiben. Vielen Dank. Die Gäste im Weiterflug mit uns nach Saal werden, wie schon erwähnt, die wir uns hier auf Boerwisch da verlassen können. Wir wollen uns nach Saal werden, wie schon erwähnt, die wir uns hier aufbauen. Wir wollen uns nach Saal werden, wie schon erwähnt. Vielen Dank. Tschüss, die Gäste im Weiterflug mit uns nach Saal werden.